So, dann machen wir hier mal ganz spritzig. Das dauert mal weiter. Hier, irgendwas übersehen. Hm. Müsste ich noch mal halt aufschicken. Geil, hier waren wir noch nicht. Oh, ist die verrückte, ja. Man, hier ist was los, eh? Boah, shit, ey. Zeit, hier ist es wahnsinnig. Oh, Gott, ey, jetzt ist das wieder, ey. War schon gescheiße. Proband Nummer 14, Test 88C, Vorbereitung limbisches System, dritter Versuch. Elektrodenherziehung C-Pine, Stimulation des singulieren Cortex, Zentrum der Hoffnung. Befeuerung der Hoffnungsachse verbessert das Beherrschen des Probanden, aber es ist noch nicht ausreichend. Oh, Gott sei Dank, ey. Hammer. Das Speichern ist ganz, ganz wichtig hier, ey. Wo sind deine Eltern? Sie sind weg. Wann kommen sie zurück? Gibt es sonst noch was zu besprechen, Doktor? Ich wollte dich darüber informieren, dass die Klinik dir nicht länger Unterstützung und Materialien zur Verfügung stellen kann. Du wirst deine Forschung kaum aufrechterhalten können. Wie kannst du es fragen, hierher zu kommen und mir zu drohen? Ich will mich nicht mehr so wohl. Oh, der war aber ernst schön sauer. Die Flaschen sind so geil Da muss ich zwar lang, aber egal So, hier haben wir noch irgendwas Ach ne, das war ja da, wo die Scheißwarte draufstehen Aber auch Zeit Oh shit Los weg hier Boah, wo bin ich denn jetzt hier, ey Oh verdammt Sauberer Schnitt, gerade durch Dafür hat der Onkel Doktor kein Heilmittel mehr Die makellose Haut ablösen Gedanken des Geistes Wovor hast du Angst, mein Kleiner? Rufig Meine Flaschen, was ist denn hier los? Das wird ja hier immer besser Junge, Junge, Alter, was passiert hier bloß? Ach du Scheiße Oh, wohin? Äh, da lang oder was? Äh, hallo, was ist denn hier los? Oh oh god Geistes hat eine kranke scheiße hier das ist ja hier nicht mehr normal aber gefällt mir es ist ich will meine schilder scheiße auch meine Nein! Oh shit fuck ey Du hast uns das angetan! Alter Ey, das ist ja kein Spiel, das ist eine Krankheit man, alter Kickst du na Wieder so ein Kartenfragment ey Oh, man Warum wurde ich hierher geführt? Ja, gute Frage Wir rennen jetzt einfach mal da renn Immer rinnen, komm Ich weiß, dass du da bist Ich hör dich atmen Reiche Dreckskerle, glauben sie können unser ganzes Land aufkaufen? Den werden wir zeigen, wem das Land wirklich gehört Oh, was zieht denn hier jetzt noch? Hey, ich glaub da sind Kinder drin Ich hab nichts gehört Oh Mann, ey Blieb da jemand, öffne die Tür Ruben Ruben, bitte, du musst klettern Scheiße, ich sollte hier schnell raus Ja, die können dann beweg dich mal, ey Und, ey Aber ganz schnell Ach, komm ich ja nicht da hoch Verdammt Ach, scheiße Das haben wir ja risch hier falsch gemacht Shit Ich drohe die andere Knarre Ey, wozu macht man sich die Mühe überhaupt, ey Wohin jetzt, ey Ich brauche die Schrot, ey Ich brauche die Schrot, ey Ich brauche die Schrotten Ich brauche die Schrotten Jetzt brauche ich das muni mehr weiter was will ich von mir Oh, das ist ja krass, ey. Ja, raus, 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 raus. Meine Güte, du musst was essen, sonst wirst du zu schwach. Meine Kinder, ich will. Ja, würde ich erst mal sagen, machen wir im nächsten Kapitel, äh, äh, Kapitel, würde ich schon sagen, in der nächsten Folge weiter runter rein. Bis dann.